Leute, kommt hier nochmal gerade zu mir bitte. Die ganzen YouTube-Wanderer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von WilliFlip & Friends. Falls ihr kurz gedacht habt, ihr seid auf dem falschen Kanal, ihr seid es nicht. Ich war nämlich heute wandern. Es gibt heute mal ein Video nicht über VWKV und sonst etwas. Ich habe heute mal einen Wandertag eingelegt. Nicht alleine, sondern mit einigen YouTubern, die für heute eingeladen haben, eine Wanderung an Daufenfels zu machen. Ja, und dann bin ich einfach mal hingefahren und habe da so einige Leute getroffen, die ihr vielleicht auch kennt. Initiiert war das Ganze von JB, dessen YouTube-Kanal JBTV. Dessen YouTube-Kanal JBTV kennen vielleicht die einen oder anderen, ansonsten habe ich es unten in der Infobox auch verlinkt. Und von Timo mit seinem YouTube-Kanal Waldkult. Könnte euch vielleicht auch ein Begriff sein. Es waren noch jede Menge andere YouTuber da, dessen Namen ich noch herausfinden muss. Bei dem einen oder anderen habe ich es mir notiert oder ein Kärtchen bekommen. Ich werde mal schauen, was ich zusammen bekomme. Dann schreibe ich es noch alles unten in die Infobox. Und ja, dann könnt ihr mal sehen. Ich zeige mir jetzt einfach ein paar Bilder. Es wird in erster Linie ein bisschen Eindrücke des Tages sein. Mit nur wenigen Kommentaren und hauptsächlich ein bisschen Musik. Und das Ganze wird auch nicht allzu lang. Ich halte mich kurz. Ich hoffe, euch gefällt es. Lasst mir ein Abo da und vielleicht einen Kommentar. Und vielleicht auch ein Händler, Daumen. Würde mich riesig freuen. Alles klar. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Musik Musik Hoi Leute, ich bin Simon von Weibkuhl Wir werden heute eine kleine Wandung machen Die erste auf YouTube Wanderung 2017 Und ja Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid Und dass wir heute eine schöne Wandung haben Und eine schöne Stunde genießen können Dann sage ich mal frisch auf Und wir laufen los Musik 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 Amen. Musik Wenn mir jemand vorher gesagt hätte, wie anstrengend sowas ist, ohne mich. Oh Gott. So, das ist jetzt die Donau. Ich kann die auch mal ran suchen. Das war falsch? Ja, das war falsch. Das war falsch. Das war nicht so sehr, am Atun. Das war nicht so sehr, am Atun. Das war gerne an Euer Album. ッ Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 in exakt 48 Minuten in exakt 49 Minuten in exakt 48 Minuten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nicht springen, es gibt immer eine Lösung Dankeschön! Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart! Ich fand das jetzt richtig klasse! Wir wussten überhaupt nicht, wie viele Leute kommen Wir haben ja auch einfach das mal ausprobiert Hier der Timo hatte die Idee Hatte das auch schon überlegt Und ich finde es richtig klasse, dass wir das jetzt hier zusammen gemacht haben Und ja, mir hat es einfach richtig viel Spaß gemacht Sehr nette Truppe, ihr wart Toll, habt alle mit durchgehalten Okay, Dankeschön! Bravo! Ciao! 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 Tschüss! Tschüss!